Der neue HDTV-Twin-Satelliten-Receiver Optimus OS II ist ein absolutes Multitalent auf dem modernsten Stand der Technik. Der OS II von Optimus präsentiert sich optisch im schicken und edlen Design, so wie Sie es von den Edision-Produkten gewohnt sind. Hinter der Klappe auf der rechten Seite befindet sich ein USB-2-Port für den Anschluss einer externen Festplatte oder einen USB-Stick. Daneben befindet sich ein Smartcard-Laser sowie ein Einschub für ein CI-Modul. Auf der linken Seite befinden sich logisch angeordnet die Tasten für die Steuerung der wichtigsten Funktionen. Auf der Rückseite springen sofort die Anzahl der möglichen Funktionen ins Auge. So bietet der OS II von Optimus die Möglichkeit, zwei LNBs anzuschließen. Er verfügt über einen S-PDIF-Anschluss für ein optisches Kabel. Er bietet Ihnen ein Audio-Video-Cinge-Ausgang, ein Komponentenanschluss und natürlich ein HDMI-Anschluss für den Genuss HDTV in vollster Qualität zu sehen. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht Ihnen den Zugriff in Ihr Netzwerk oder das Internet. Zweimal USB-2 auf der Rückseite fehlen ebenso wie der RS-232-Anschluss nicht. Der OS II wird über ein externes Netzteil mit der nötigen Spannung versorgt. Diese beträgt im Standby weniger als 0,5 Watt im Verbrauch. Der komfortable Netzschalter und Lüfter, den Sie über das Menü regeln oder auch ausschalten können, fehlen ebenso wenig. Im Betrieb ist der Optimus OS II eine wahre Freude. Superschnelle Umschaltzeiten dank Dual-Core MIPS Broadcom-Prozessor mit 405 MHz. Die Bildqualität ist hervorragend und das Bild gestochen scharf. DISEG von 1,0 bis 1,2, Unicable und Usuals sind selbstverständlich. Im EPG finden Sie übersichtlich alle Programminfos und ersparen sich so eine Fernsehzeitschrift. Die auf Linux basierende Setterbox bietet eine Vielzahl an vorinstallierten Plugins wie YouTube oder Shoutcast. Das Angebot wird ständig erweitert und es lohnt sich regelmäßig nach neuen Plugins zu suchen. Entspannt surfen Sie im Internet dank Opera Webbrowser. Sowohl die Möglichkeit, eine interne 2,5 Zoll Festplatte mit SATA-Anschluss nachzurüsten, als auch eine externe per USB, ermöglichen HD-Aufnahmen und Timeshift. Die Fernbedienung ist übersichtlich und liegt perfekt in der Hand. Im Menü haben Sie zahlreiche Einstellungen, die nahezu keinerlei Wünsche offen lassen. Der neue HDTV-Twin-Satelliten-Receiver Optimus OS II ist ab sofort im Fachhandel zu erhalten. Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit des neuen Optimus OS II. Der neue HDTV-Twin-Satelliten-Receiver